Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder mal eine Hauptspeise für euch und zwar habe ich heute ein Risotto. Ich war vor kurzem spazieren, bin heimgekommen und habe ein total nettes Geschenk von meiner Nachbarin aus dem Garten vor der Tür stehen gehabt. Mit Salat, mit Kohlrabi, mit Brokkoli, mit Zucchini, alles aus ihrem Garten. Ich habe mich voll gefreut, wir haben auf Insta gefolgt, ich habe das da gepostet und habe daraus ein Zucchini-Rezept, also eigentlich ein Risotto-Rezept mit Zucchini und Speck gezaubert, mit ein bisschen Gemüse dabei und habe mir gedacht, das verfilme ich euch jetzt, weil es war so, so lecker. Und genau, ihr seht, es ist nicht viel, was wir brauchen. Die Zutaten findet ihr wieder wie immer ganz genau unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir legen gleich los und ich zeige euch, wie easy ihr euch das machen könnt. So, anfangen wir, indem wir uns Parmesan in den Mixtopf geben, Deckel drauf und das Ganze für sieben Sekunden auf Stufe sieben zerkleinern. So, holen wir uns den Parmesan tatsächlich in eine Schüssel im Mixtopf und dann ganz, ganz ordentlich den Mixtopf spülen. So, Parmesan ist zerkleinert, warum den Mixtopf so gründlich reinigen, nach dem Käse reiben, vorm Anbraten. Das wird eigentlich sie jetzt schon fast von selbst erklären, weil es einfach darum geht, dass nicht irgendwie kleine Käsereste und da reichen wirklich feine Spuren am Boden sich befinden und jetzt dann während dem Kochprozess sie dann am Boden unten schöne, unschöne Flecken bilden, beziehungsweise sich das einbrennen und das wollen wir vermeiden. Deshalb würd sie wirklich einmal durchspülen, abtrocknen und jetzt geht es weiter mit der Zwiebel. In den Mixtopf, Deckel drauf und das Ganze sieben Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. So, jetzt gebt ihr die Zucchini rein und das nochmal für fünf Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Und ja, natürlich könnt ihr beides gemeinsam reinschmeißen, aber sieben Sekunden ist für die Zucchini zu viel und eine Zwiebel ist es aber jetzt in dem Fall egal. Somit hintereinander. Genau und jetzt kommt dazu die Butter, Speckwürfel, ich würde jetzt empfehlen so ein Mittelmaß zu nehmen beim Speck, jetzt nicht zu fett, aber auch nicht mag, also nicht jetzt zu mager, weil das soll ja doch Geschmack geben und darf schon ein bisschen Fett haben. Ähm, genau und jetzt da, also Olivenöl noch dazu, wird das einmal angedünstet und zwar, und zwar für vier Minuten, 120 Grad, Linkslauf Stufe 1. So, zu dem Gemisch geben wir unseren Risotto-Reis dazu und der wird jetzt auch wiederum drei Minuten in dem Fall, 120 Grad, also gleiche Temperatur, gleiche Stufe, Linkslauf Stufe 1, angedünstet, glasig angeschwitzt. So, jetzt ist der Reis mit dem Rest angeschwitzt, es macht auch was mit dem Aroma, das Ganze, also es ist zwar, es sind so ein paar Schritte, aber das macht echt, also ein vorzügliches Risotto. Jetzt wird das abgelöscht mit Weißwein, ihr könnt das auch mit Wasser machen, also wenn ihr kein Wein verwenden wollt, jetzt ist das voll okay, ähm, und zwar für zwei Minuten, ohne Messbecher, Entschuldigung, dann tu ich gleich raus, sonst vergiss ich's, haha, ohne Messbecher, für zwei Minuten, auf 100 Grad, wieder im Linkslauf Stufe 1. So, jetzt sind wir im letzten Vorbereitungsschritt und zwar kommt jetzt dazu Wasser, Gewürzpaste, Salz und Pfeffer, einmal, dass ihr so richtig schön mit dem Spatel alles vom Boden lösen, das ist sehr wichtig, ähm, den Schritt, den sieht man in der Cookie-Do immer wieder, ähm, das hat wirklich seine Berechtigung, weil ich auch schon Kundinnen gehabt habe, wo einfach dann unten sie beim Messer, ähm, also auf der Unterseite, jetzt zeige ich das, da unten, ähm, dass das ganz verbrannt war, weil einfach das Risotto sie nicht gelöst hat, weil nicht mit dem Messer, ähm, mit dem Spatel gelöst wurde, jetzt hat sie das voll verkeilt, rund ums Messer da innen und dann hat sie das nicht mehr gescheit drehen können und hat voll viel Kraft gebraucht und dann ist voll die Hitze entstanden, ähm, und dann ist das unten, es war jetzt kein Tragik, also natürlich, es war, das hat man einschicken müssen, aber im Endeffekt, ähm, soll das nicht sein und das kann einfach dazu führen und bitte, 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 dass einfach einmal, bevor es diesen Kochprozess jetzt von, ähm, 14 Minuten startet, oder auch weniger, wie auch immer ihr das kennt, von euren Rezepten, bei mir sind es 14 Minuten, ähm, wirklich lösen, es tut nicht weh. So, jetzt kommt der Deckel drauf und ihr habt einen Risotto-Reis, der zwischen 10 und 14 Minuten Garzeit hat, ähm, 15 geht, also bis zu 15 Minuten, weil dann lasst ihr es nachher einfach quellen, ihr könnt die Zeit aber natürlich, also wenn ihr nachher reinschaut, die Körnchen probiert und sagt, das ist noch nicht ganz so, könnt ihr natürlich einfach nochmal 2 Minuten dranhängen. Ich mache jetzt, weil ich weiß, den Reis, was ich einfach immer kaufe, da passt das mit 14 Minuten und das passt grundsätzlich, also das ist wirklich so, es ist, ja, passt im Durchschnitt eigentlich für jeden Risotto, Arborio oder Canaroli Reis und, genau, 14 Minuten, ah, den brauchen wir nicht, weil, ha, ich bin auch nicht, wir Gemüse dazu machen. Ich mache ein bisschen Brokkoli und ein bisschen Zucchini dazu, einfach oben noch, so für die Farbe und einfach auch für die Vitamine, ähm, ihr könnt da aber jetzt weiches Gemüse verwenden, was ihr wollt, der Brokkoli ist relativ dünn, wie ihr seht, also klein und fein, dann geht er, dann hat er noch Biss, ihr könnt Paprika verwenden, Zucchini, Champignons, Cocktailtomaten, ähm, alles das, wo ihr merkt es gerade so, weiches Gemüse, das relativ schnell durch wird, das könnt ihr da jetzt mit oben reinschmeißen, Deckel drauf vom Varoma, wenn ihr das Gemüse weglasst, Spritzschutz verwenden und, genau, 14 Minuten inklusive Varoma, Varoma Stufe, ohne Gemüse, Spritzschutz und 100 Grad, ja, Linkslauf, ganz wichtig, sonst haben wir noch Reispüree oder Matsch, Stufe 1 und los geht's. So, dala, jetzt ist unser Essen fertig, also es läuft euch jetzt natürlich alles an, ihr seht das Gemüse, das ist wunderbar gegart, ähm, nur spannender für euch wird natürlich das Risotto sein, und das passt so perfekt, weil es nachquillt, quillt, 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 ähm, und das, ich mach's nicht den Fehler, dass es zu sehr kocht, weil dann wird der Reis zu weich und dann wird das so, einfach ein Gatsch, ein richtiger Gatsch, und es dürfen schon, die Reiskörner dürfen schon noch zu erkennen sein, so, gell, und dann tatsächlich das raus, und ihr seht, es stockt auch dann, oder es quillt eben noch nach, und wenn es dann, ähm, ein bisschen steht, dann wird's nochmal fester, aber das ist die perfekte Konsistenz, und natürlich könnt ihr das auch mit gelber Zucchini machen, weil ich hab eben auf Insta das damals mit gelber gemacht, und, ähm, das schaut einfach, ja, auch von der Farbe her nochmal richtig schön aus, nur jetzt hab ich halt leider nur grüne gehabt, ja, und übrigens wieder Zucchini aus dem Garten von der Nachbarin, das ist sehr, sehr nett, freut mich immer voll, so, und übrigens wird ihr das Ganze jetzt nur ein bisschen klebriger, beziehungsweise dicker, ähm, kompakter, sag ich mal, matschiger, so wie es sein soll, Risotto sowieso, vielleicht kennt ihr ein Wort für das, schlotzig, 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 schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr da ein besseres Wort findet, als wie ich mit schlotzig, ähm, wie Risotto von der Konsistenz her sein muss, schlotzig, genau, würde ich jetzt mal fast sagen, und so, einfach perfekt, genau, jetzt hab ich mir da für die Deko einfach ein paar so Parmesan-Hobel, das könnt ihr euch einfach mit so einem, ähm, Gemüseschäler vom Parmesan so runterhobeln, Tomaten, und jetzt richten wir an. So, jetzt könnt ihr das so wie ich mit so einem Reisring machen, mein Geschirrspüler läuft gerade nur, dass es euch nicht wundert, jetzt, dass es euch da alles einfüllen, auch wenn es dann wieder auseinander rutscht. Ihr könnt euch natürlich auch ein Brokkoli ins Risotto heben, das ist auch jetzt eine Möglichkeit, ich nehme den einfach jetzt da so als Zierde her, zusammen mit diesen kleinen gelben Cocktailtomaten, dann ein paar so Parmesan-Hobeln. So, und dann, Achtung, so, ein, finde ich, sehr gelungenes Gericht, sehr schön, farbenfroh, für den Sommer finde ich es, und es wird euch so schmecken, es ist das mit dem Speck der Zucchini für die Kinder super, weil, ähm, das siegt man fast nicht mehr, der wird so weich und verkocht sich da so drinnen, ähm, aber es bleibt alles im Gericht, weil es ja von Anfang an da reinkommt, schmeckt super lecker und ihr habt jetzt gleich die Vitamine mit rein versteckt und sowas brauchen wir doch immer, wir Mütter sowieso, ähm, oder auch die Väter natürlich, die kochen auch oft gern. Ja, und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall beim Nachmachen ganz viel Spaß, Freude. Lasst mir einen Kommentar da, sagt mir, wie nennt ihr die Konsistenz von Risotto, ich bin schon gespannt. Und sagt mir natürlich auch, wie es euch geschmeckt hat und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachkochen und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe, Mahlzeit, Tschüss! Und dann kommt es mal weiter.